Oh. Alter, Richter ist ja richtig der Intelligenz-Allergiker. Das wusste ich ja gar nicht. Falls das überhaupt der echte Richter ist. Okay. Das erklärt, warum ich so aufgebufft wurde jetzt. Tja, bewerfe ich ihn jetzt einfach mal ein bisschen mit Scheiße. Hier, guck da. Zum Beispiel. Das hat so gut geklappt. Scumbag-Richter, aber übelst. Er hat einfach sein Smash-Move-Set. Ich treffe Gott irgendwie mit gar nichts. Erstmal einen Frankfurter gönnen. Komm, ich gebe mir mal ein bisschen Attack hier. So. Mein Schild wieder, bitte. Alter, der Remix. Geil. Ey, da war die Dash-Attack. Was? War schon? Ja, als ob. Was? Ich dachte schon, ey. Ähm. Ich dachte, jetzt regt es die ganze Zeit oder so. Alter, was zum Fick? Was macht der da für eine Scheiße? Um. Es ist Zeit für... ...Potions. Es ist vorbei, Belmont. So, die Krieg zwischen Menschen und Vampiren endlich endet hier? Was ist das jetzt echt? Schön das Bild wieder verschoben im Stream-Layout. Ich wusste gar nicht, dass Richter so ein Scumbag ist. Das war sehr antiklimatisch und unbefriedigend. Mensch wird weiter kämpfen, aber es ist eine schade kämpfe, um zu leben zu bleiben. Ich glaube, dass er ein Leben der Krieg gewählt hat, denn das war der einzige Weg, den er wusste. Wie du, Vater, er hat einen Weg der Destruktion gewählt. Auf Wiedersehen, Land von meinem Leben. Never again will these eyes gaze upon your beauty. Alter, die Clubmusik erstmal. Na gut, okay. Ich hoffe, ich kann meinen Spielstand laden, weil ich würde mich schon noch gerne ein bisschen anderweitig umgucken, ehrlich gesagt. Ähm. Alter, wir haben einen richtigen Creditsong. Erstmal lauter machen, ich bin still. Wir haben einen historischen Glocken. Die Feuerzeuger. Is the enemy within or a thousand men? Should I walk the path my world so bad I have? Is someone testing me every day I live? Well, the best in me is all I have to give. I can't pretend I am the way. And I don't know if I will pass this way again. All things must stand. Goodbye, my friend. Think of me when you see the sun or feel the wind. I am the wind. I am the sun. And one day we'll all be one. I am the wind. I am the sun. And one day we'll all be one. I am the wind. I am the sun. And one day we'll all be one. I am the wind. Sort Brady Und das ist ganz schön, das Lied. Ich muss nur sagen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, bei dem Spiel hier, aber okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das quasi wirklich das Ende ist oder so. Ich hoffe, ich kann meinen Spielstand jetzt noch laden. 66 Prozent, ey, guck mal, da geht doch noch was. Oh Mann, warte mal. Ah, der letzte Speicherpunkt, da darf ich den ganzen Scheiß nochmal einsammeln. Uff. Ähm, passt auf. Ich sammle den ganzen Scheiß nochmal eingehen, nochmal hier hin und speichere. Und dann verpisse ich mich wieder ganz schnell vor. Weil ich hätte jetzt echt nicht gerechnet, dass ich so random einfach hier ins, äh, ins Ending rein stolper. Quasi. Ähm. Ja, ein Speicher wäre halt sehr nett gewesen, tatsächlich. Gerade nach dem, Mann. Aber egal. Ähm. Und dann erforsche ich, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Weil das war mir jetzt doch ein bisschen zu abrupt. Hui. Stopp. Ähm. Hilfe. Was habe ich gemacht? Ähm. What? Ich habe das Spiel geglitscht. Oh. Geil. Falls ihr euch fragt, was ich gemacht habe. Ich habe genau in dem Moment, als ich das Ding eingesammelt habe, mich in die Fledermaus verwandelt. Ja. Genau in dem Moment habe ich mich in die Fledermaus verwandelt. Was wird, wenn ich... Okay. Geil. Das sieht halt echt aus. Das hätte heftig Verstopfung gehabt gerade, der arme Kerl. Schön. Gut, dass wir es auch mal erlebt haben, wa? Ja. Ja. Fledermaus nur ohne die Grafik dafür. Richtig. Und ich gehe jetzt direkt vor dem Boss, aber nicht natürlich zum Boss rein. Da waren auch noch Upgrades. Keine Ahnung, was das Kreuz macht, ehrlich gesagt. Das konnte ich jetzt gar nicht benutzen. Oder kann ich es jetzt benutzen? Nö. So, da gehe ich nicht rein. Lichumaru did it again. Ja. Confirmed. Oh ja. Ich würde sagen, auf die freue ich... Auf die habe ich jetzt richtig Bock auf die Flohmänner. Bam. Snipe, Leute. Sniped. 360 No-Scope. Hopp. Oh ja, geil. Mann, sind das tolle Gegner. Gehen einen gar nicht auf den Sack oder so. Okay. Backofen-Pobbles. Danke für die drei Worte Treue. Vielen, vielen Dank. Und guten Abend, gentlemen. Warte mal, wie komme ich da überhaupt hin? Ja, das ist suspicious. Das ist noch ein Upgrade. Vielleicht sagt mir meine Backseat-Gamer-Fee wieder. Was? Was? Wie hat er das überlebt? Alle waren nur anhebt. Der nicht. Der ist besonders. Der ist special. So. Ich wollte nämlich gerade gucken, ob ich vielleicht das da oben kaputt machen kann. Oh, ich kann einfach durch. Das geht natürlich auch. Power of Mist. Mhm. Was hat das denn schönes? Aber warum ist Richter so ein Arschloch? Also, ich weiß es nicht. Ich will es doch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Achso, ich kann einfach weiter nebeln. Ähm. Okay, Extended war schon sehr wörtlich genommen. Ich sollte vielleicht aber trotzdem nicht die ganze... Ich kann jetzt quasi unendlich lange anscheinend, äh, in dieser Form bleiben. Ich habe da oben eine Ecke nicht aufgedeckt. Ich gerade... Nein. Jetzt kann ich dich zulassen. Ab, 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 ab. Du beschissener kleiner Sack, Alter. Ach. So. Ich will nur noch die Karte da oben aufdecken. Das kann ich noch nicht sagen, Rübe. Das wird im Oktober revealed. It's a secret to everybody. Hahaha. Hahaha. Also, ich meine, dir würde ich sagen, aber halt nicht jetzt im Stream. Ne? Hahaha. Und jetzt alle so, unfair, Baby Rage. So. Ja, das denke ich mir schon, dass ich das erfahren werde. Aber pscht. Pscht. Antwort ihr. So. Und speichern. Bring. Hahaha. Da hagelt es unfair. So muss das. Okay. Ähm. Da oben ist Final. Ich brauche noch theoretisch was, mit dem ich durchstacheln. Ne, hab ich. Ich hab die Fledermaus. Das wüsste da funktionieren. Das heißt, da links kann ich noch hin. Ich kann da die ganzen blöden Ecken mal endlich aufsammeln. Ich kann basically eigentlich überall hin. Da unten ist noch ein Gang, bei dem ich nicht war. Cool, cool. Cool. Was war denn da nochmal? Warum bin ich da nicht weitergekommen? Ach, da war Dingens. Da war diese Tür, die nicht aufging. Komm ich denn hier nach unten eigentlich? Da? Okay. Cool. Cool. Mal kurz überlegen, wo gehe ich am besten hin? Wenn ich hier einfach ganz nach links gehe, geht's am schnellsten. Ich nehme es schwerst an. Das sind jetzt nur Spekulationen. Ich weiß es nicht und ich möchte es auch nicht wissen natürlich. Ich nehme es schwerst an, dass es noch irgendwas mit Maria zu tun hat wahrscheinlich. Vielleicht muss ich sie ja zu ihm bringen. Dann fangen sie beide an, das Lied von den Credits zu singen. Und dann fängt Alucard plötzlich an und ihm wächst eine Rose aus dem Ohr. Und er zieht sie sich raus und steckt sich in den Mund und fängt dann an zu tanzen. Und alle sind glücklich. Also ich werde auf jeden Fall die Fee jetzt erstmal behalten, einfach weil sie Backseat gamed. Klingt doof, ne? Aber wenn es das Spiel ist, was mir Tipps gibt, ist das in Ordnung. Und alles wird am Musical, genau. Versteht nicht, warum ich dieses Cross jetzt habe, dieses Grand Cross da oben. Ich kann es irgendwie nicht benutzen. Vielleicht kostet das einfach Arsch viele Herzen. Das kann natürlich sein. Guck mal, wenn ich 100 habe vielleicht. Klingt einleuchtend, ja, oder? Leute, meine Augen brennen langsam echt, ne? Muss ich mal sagen. Ah, es ist anscheinend 100. Testen. Ja. Es sind 100, okay. Tja. Ihr wisst ja natürlich, was das heißt, ne? Sobald ich meine Flummi habe, fliegt das Ding erstmal wieder raus. Weil ich meine Flummi wiederfinden sollte. Ups. Hallo, Triff. Danke. Wo bleibt you eigentlich? Ist doch schon spät. Ist doch schon spät. So. Dann müsste ich ja hier jetzt. Grand Cross. Hey. Guck mal, da kann man extra seine Magie refreshen. Oh, das ist irgendwie länger als gedacht. Alter, das war echt... Ich hab doch. What? The fuck? Wieso kann ich das nicht öffnen da hinten? Ich hab das doch. Was ist das mit der Verarsche? Ich hab das Teil. Mit dem ich die Türen öffnen kann. Der sagt bitte nicht, dass das nur... Nicht als Wälder Maus geht. Wo ist denn das? Das ist doch eine Blue Lock Door. Warum geht das nicht auf? Beschiss. Lol. Okay. Dann halt nicht. Dann brauch ich anscheinend wohl doch was, was... Weißt du was? Töte mich einfach. Haha. Oh no. Richtig entsetzt, die Fee. Übelst verarscht, Leute. Richtig gebaitet worden. Na gut. Dann wohl doch mein erster Gedanke. Ich krieg was, mit dem ich aufs Stachel laufen kann. Oder so. Mm-mm-mm. Mm-mm-mm-mm-mm. Mm-mm-mm-mm-mm. Mm-mm-mm-mm-mm-mm. Und du Apparently es schon mal